Ja, die machen die Pizzateig, packen das Zeug drauf, packen noch n'n Pizzateig drauf. Hm. Oh, shit. Yep, Steam-Name ist Stream-Name. Yeah, die Fleischfabrik! Hast du diese Map? Ich will das Ghostface haben. Oh, wir sind alle an einem Ort, wir sollten weg. Ich werd wieder angehaucht. Wir haben doch garantiert wieder Legion. Oh ja. Nein, nein, nein. Es ist irgendwas anderes, ich bin jetzt gemält. Nein. Ich hab irgendwas... Ausgedingst. Ausgelöst. Ist jetzt in der ganz falschen Ecke. Oh, lol. Oh nein, es ist der Doktor. Oh, fuck. Doktor? Hm. Ich hab keine Ahnung. Alter, hab ich mich grad erschrocken, Junge. Ich mich auch. Junge. Es ist der Doktor, ja. Ähm. So ein... Da wird der Doktor aus ner Nervenheil entstehen. War schön, da hat's jemand gelegt und ich lass den... Die ist... Geh' nach Warte los. Ich wollte nur sagen, da war das Ding zum Aufhängen. Das Ding zum Aufhängen? Ja, da vorne in der Ecke ist das Teil zum Aufhängen gewesen. Wo er euch aufhängt. Ah, okay. Ich suche eigentlich Generatoren grad. Ich find grad keinen. Äh, ich hab einen Generator mal angefangen und geh' jetzt wieder woanders hin. Junge, hab ich mich grad erschrocken, alter. Oh, schöner Schweinekopf. Da war ein Generator, der ist mir aber zu offensichtlich. Das ist ja schlimmer als bei Freddy. Boah, der Doktor ist richtig schlimm. Ich schau mal, ob ich den Besen kill, äh... Kann man da runter gehen? In die Falte? Ich hab' keine Ahnung. Ja, jetzt läuft er. Leute, macht mal nicht diesen, bitte. Ach, fuck, zu früh. Hm, hier sind überall Maden. Äh, du... Läuft denn hier? Es ist alles gut. Aber ihr lauft dahin, wo ich bin. Ich hab' keine Ahnung, wo du bist. Ach nein, ihr seid unter mir. Ach, alles easy. Ich mach' den Generator, ihr seid unter mir. Ja, ich hab'... Reparatur mit Werkzeugkiste. Nee, da ohne dich, da nach draußen. Ja, ich weiß, da liegt einer, aber... Der hängt jetzt. Ich hab' mich so erschrocken, alter. Anfrage gesendet, alles klar. Anfrage wird gleich beantwortet. Hm. Please hold the line. Please hold the line. Ja, das ist hart. Was ich aber krasser finde, ist dieses... Wenn du dann so schreist. Mhm. Oh, der kommt hier irgendwo, der ist wieder unter mir. Das weiß ich auf dieser Map nämlich immer nicht. Ja. Geh weg. Ach, er ist bei mir. Hängt das Ding halt rum. Ich erschrecke mich wieder des Todes. Ja, er hat mich gerade gefunden. Ich... Vor allen Dingen, sie schreit und wirft die Palette nicht um. Sie schreit lieber. Da kann sie sie aber nicht dagegen machen. Ich weiß. Boom. Lauf. Lieber es. Okay, mich hat er direkt in den Haken gelegt. Aber ich hab' die andere Person gefreit. Sehr geil. Oh, ihr seid alle unter mir. Schön. Gleichsinnig. Uh, hier sind grad durch die Decke so eine Dinger hochzukommen. Oh. Die war von mir. Ich komm' dann gleich mal runter. Hey, aber jetzt hier am Haken ist wieder schön ruhig. Das ist ja angenehm. Keine Elektro-Zuko. Kein Horror. Kein Elektro-Zuko. Der ist ja vorher die ganze Zeit am Rand irgendwelchen... Zip, zip, zip. Was ist der denn? Schnauze, Rehe. Nicht bei mir. Er ist hier irgendwo. Aber ich weiß immer nicht, ob er hinter mir ist oder unter mir. Oh, ich finde... Ich find' das sehr geil. Ich seh' ja euch, wie er überall rumrennt. Ihr seid alle woanders. Hi, Aerith. Willkommen. Moin. Oh, jetzt rennt irgendjemand der Verletzten über mir rum. Das ist auch sehr angenehm. Ich find's nicht. Ich weiß. Ja, es ist keiner bei mir. Ich bin dann direkt mal weg. Kann man den überhaupt sehen? Ja, den kann man sehen. Den... Hast bei mir ein paar Mal gesehen. Ja, ich bin... Ich bin ja bei Uncut drin. Ich bin nur so weit weg gerade, dass ich hier nix seh'. Aber ich glaub' er kommt jetzt gerade bei mir. Nein, er ist unter mir. Nein, da... äh, was? Was? Ist das eine Brautoffelt? Ach so. Ach so! Ich wollt' sie heilen und stattdessen... Ja. Komm. Ich will nicht. Wo hängt sie? Ich seh' sie nicht. Unten, okay. Ah, ist sie halt nicht so gut. Warum seid ihr denn alle unten? Was ist denn los mit euch? Ich bin hier halt... Mach doch runter. Ich will ja keine Prognose aufstellen. Ich glaube, das gewinnen wir eben nicht. Warte, bis ich den Panzer finde. Fuck. Spätestens jetzt muss er mitbekommen haben, dass oben auch noch einer ist. Ja, jetzt ist er nämlich oben. Weil ich auch gerade hochgelaufen bin. Weil ich dachte, er ist... Verdammt. Hey, der andere konnte sich befreien. Oh, nice. Was? Ah, er fährt wieder runter mit mir. Auch hier, Heyo. Hey, Aerith. Auch hier willkommen im Screen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dein Tag war nicht ganz so warm wie meiner. Ich bin tot. Das ist ja schön. Ja, ich hab gestruggelt eben nämlich und deswegen... War das jetzt das zweite Mal hängen? Daraus bin ich. Komm schon. Und nochmal. Jetzt hab ich... Alle Hände frei. Geh nach unten. Ja. Jetzt. Oh, da ist er. Wo es zu spät ist. Oh, ich hasse es. So, dann schau ich da mal zu machen. Nee, he, 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 he. Halt doch die Schnauze! Halt doch die Schnauze! Nee, he, he, he. Bist du ein Jedi, Alter? Ja. Bist du ein Jedi? Die beste Fjord. Geh weg. Nein, dafür sind die Augen zu... zu nicht rot. Juhu. Moin, Knudi. Hi. Ja, ich bin's. Hi. Juhu. Er war wärmer. Irgendwer hatte vorhin in der vorliegenden Idee die Fenster des Saals aufzumachen. Geil. Sehr geil die Sache. Ja. Sag mal, seit wann kannst du denn ausweichen? Wer? Okay. Das ist jetzt gerade Uncut, den wir hier sehen. Hä? Was? Nein. Deswegen kann ich ausweichen. Was, ausweichen? Aerith hat mich gerade gefragt, seit wann ich ausweichen kann. Du guckst mir nicht zu. Ich war in nem Schrank. Ja, aber du bist vorher durch die Gegend gelaufen und bist ausgewichen. Ey, 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 ey. Okay. Ich bin nicht ausgewichen, ich bin einfach nur rumgemüht. Honig aufgepasst. Ja, King, dich hört man. Wunderbar. Oh, da läuft grad einer mir vorbei. Schön. Ach, das ist der Verrückter. Das ist der Verrückter. Genau. Na, ey, wie wärs? DBD? Na? 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 Wir brauchen noch Mitspieler. Äh, nein. Junge, ist das warm, ey. Die Sonne ist doch schon längst weg. Ihr meint, ihr braucht noch Noobs? Wir brauchen noch Mitspieler. Wie du siehst, sind wir ja selber nicht irgendwie. Wir nehmen also alle Leute, die wir kriegen können, damit wir Masse kriegen. Richtig. Wir wollen so viele Leute, äh, dabei haben, dass wir vielleicht einen über die Überlebensgrenze schicken. Wir wollen so viele Leute haben, dass wir vielleicht eine eigene Lobby stellen können. Ja. Das wäre sehr wünschenswert. Ach so, du bist doch im Aufwachmodus. Alles klar. Dann ist gut. Meine Güte. Der bleibt jetzt einfach so lange drin, bis die Falltür vor dir auftaucht. Jo. Nein, Isabelle, 7-Up liegt noch. Aber Aufwachmodus ist doch perfekt bei diesem Killer. Total. Boah. Aber bei der Gelegenheit kann ich mal ganz kurz den Ton wegnehmen und... Ich möchte den Ghostface sehen. Ich werde mir den wahrscheinlich sogar kaufen. Und die Einladung zur Freundschaft mit Mr. Black annehmen. Hoho. Look, Generator. Eigene Leute, da... Äh, Lobby, da fehlen nicht mehr viele. Ja, gut. Im Moment sind wir jetzt zu zweit. Mr. Black leert's grad runter. Dann sind wir zu dritt. Dann fehlen halt noch zwei. Ja, hey. Pssss, Überschlag. Ja, vor allem, wie du vor dem Generator standest und erst mal deinen Insanity gehielt hast, statt was anderes. Ja, ich musste mich erst mal... mich erst mal selber finden. Guck mal, er hat ein... ein Kabel im Arm. Das ist doch... Das ist echt... Och, sein Ernst! Vor allem lustig, äh, wie der Terror... Hallo! Hab grad, äh, DVD-Download gestoppt und mal testweise 4.400 geladen. Habe 67 Mbit, wieder DVD fortgesetzt und wieder 1 Mbit. Oh! Bist du wieder witzig! Arif, diesmal hat der Resub funktioniert. Cool! Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen. Was? Boah, bist du witzig, Junge? Ach, das schauen wir dann nach dem Spiel. Äh, nach der ist ja schön. Du bist ein witziger Killer, Junge. Ob das dann auch tatsächlich funktioniert hat? Du bist ja ein richtiger Scherzkeks. Du bist ja ein richtiger Scherzkeks, Junge. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Hallo! Ihr mehnt das ernst. Lass mich in Ruhe. Junge, du gehst mir ja auch in den Sack aus, oder? Du gehst dich nicht mal schlägt. Ja, weil er dumm ist. Ja, weil er dumm ist. Mann, sind wir wieder lustig heute. Ja, das war nur die Nachricht, die mich verfolgt hat. Welche Nachricht hat er sich verfolgt hat? Ach, wir gehen gerade von, äh, von Subs. Ach so. Weil, äh, ich habe hier meinen Screen schon gezeigt. Und, äh, ja. Da war es halt so, dass, ähm, Cyborg, der drei Jahre, äh, drei Jahre, Entschuldigung, 300er am Stück gesuppt hat, halt der, äh, der längste Subber ist. Mhm. Arif hat jetzt Resept, und jetzt müsste sie eigentlich wieder die längste sein. Ich hab auch Resept. Ich bin auch schon. Ich schätze eine Nachricht, die man erschicken kann, dass man sie jetzt nicht live posten. Ach so. Ich muss gleich mal das Spiel leiser machen. Ich muss mal das Spiel leiser machen. Ich muss das Spiel leiser machen. Warum? Ich verstehe dich doch fast gar nicht. Ich hänge mir immer noch. Ah, ist okay. Das war eigentlich ein Anfeuerer. Ich weiß, aber, ähm. Okay. Wenn ich jetzt Isabelle anschaue von hinten mit ihrem Bau frei, der Rücken sieht nicht gut aus von ihr. Nicht? Muss ich gleich mal gucken. Hi, Mr. Black. Oh. Ich muss gleich mal auf Zuschauen gehen. Ach, wieso. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Und auch an dich. Herzlich willkommen in der Crew. Schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht. Diese leicht eingedrückte Wirbelsäule. Ist das normal? Klar. Wow. Das war eine gute Aktion. Noch wer der in zwei Städte spammt. Ja, Leute, immer. Oh. Wir würden sogar in drei Städte spammen wollen. Wir gehen gut sich nicht, offensichtlich. Dieser Bell's seven up. Aber ich liebe jetzt mal, mach jetzt mal auch das Spiel ein bisschen leiser, glaube ich. Ich muss das auch leiser machen. Das ist so laut. Das ist so laut. Das ist so laut.